Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Hier haben sich ein paar Ballons im Strommasten verheddert und das Resultat ist noch recht gut. Dieser Junge hat einen Ratten im Badzimmer, also hat er seine Katze mit hineingenommen, damit sie die Ratten fängt. Alle Haters sind eifersüchtig auf Frisur von diesem Typ. Das passiert, wenn deine elektronischen Geräte nicht abschaltest. Das passiert, was sie verstanden ist? Das passiert, was sie verstanden ist, was sie verstanden ist. Oh mein Gott, das ist leer, was sie verstanden ist. Das comercial ist ein Ohr, damals war erNone. Und das ist eine Rasierklingemuschle und so tut sie im Sand graben. Schau, der Hund kann mega gut Rodeo reiten. Schau, der Hund kann mega gut Rodeo reiten. Schau, der Hund kann mega gut Rodeo reiten.